Innovation heißt zu sehen, was alle anderen sehen, aber zu denken, was noch keiner gedacht hat. Und wir an der Medoni Graz denken viel. Wir grübeln, wir forschen. Wir lehren und lernen. Mit Innovationsgeist setzen wir uns gemeinsam für die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Patientinnen und Patienten ein. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt. Wir sind eine kleine Stadt und eine große Familie. Wir sind Wissensvermittlerinnen und Problemlöserinnen. Wir suchen die Nadel im Heuhafen und treffen den Nagel auf den Kopf. Wir haben Geistesblitze und zündende Ideen. Wir sind vielfältig und wollen doch alle schlussendlich nur das eine, die erfolgreiche Behandlung und bestmögliche Betreuung von Patientinnen und Patienten. Wir bündeln Kräfte. Geballtes Wissen konzentriert an einem Ort. Was andere als Kompetenzzentrum bezeichnen, nennen wir einfach Medical Science City. Auf unserem Unicampus pulsiert das Leben. Hier wird geforscht, gelehrt und gelernt und zwischendurch auch mal genossen. Wir fühlen den Dingen auf den Zahn. Wir schaffen Raum zum kreativen Austausch. Ein Ort der Lehre und Ausbildung mit modernster Infrastruktur. Wir bauen Brücken und keine Luftschlösser. Wir sind international vernetzt und doch typisch steirisch. Wir arbeiten interdisziplinär und grenzüberschreitend. Wir sind zukunftsweisend und geschichtsträchtig. Wir greifen nach den Sternen und bleiben dabei doch auf dem Boden. Wir haben den Mut, Neuland zu betreten. Wir gestalten und verändern. Wir sind Wegbereiter und Visionäre. Wir sind Primary Minds. Wir sind die Metronikras.